Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei Recycle-Müllabfuhr-Simulator. Ja. Welchen Tag haben wir denn? Wir haben heute Donnerstag. Gemeindepark und Kreisroute. Ich glaube aber, das haben wir jetzt... ...alles gemacht, oder? Ich gucke nochmal durch. Moment, nee, Rotenlizenz. Slayer, Slayer. So. Okay, was ist denn morgen dran? Das ist noch so früh, ne? Aber die Fahrzeuge sind hier noch nicht zurück, glaube ich. Morgen, Freitag. Wachtturmstraße und Kirchstraße. Ist ja okay. So, ansonsten haben wir ja noch nicht viel Müll. Meine Pak kommt am Samstag nochmal. Also, wir könnten eigentlich für Samstag noch eine Route dazu nehmen. Die gelben und blauen mache ich jetzt noch nicht. Da gibt es noch Probleme und ich möchte erst ganz sicher sein, dass das funktioniert. Dann gehen wir es aber auch dann gleich an. Also, Routenlizenz. Das nehmen wir nochmal dazu. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal den Ziegelweg. Hier hätte ich nochmal eine, die ein bisschen stärker ist. Das sind 15 Tonnen, obwohl hier. Und hier ist die Strecke ein bisschen weiter. Ne, nehmen wir die. Jupp. Ziegelweg. Und den Ziegelweg legen wir mal an für Samstag. Der braucht jetzt 15 Tonnen. So, gilt haben wir ja noch. Und der kommt jetzt dahin. Und wir können ihn dann ein zweites Mal auf Mittwoch setzen. So, hätten wir eigentlich immer noch Ressourcen übrig, weil hier ist nur eine. Aber sonntags fahren wir ja auch nicht. Das ist auch doof. Oder? Vielleicht könnten wir noch eine kleine nehmen. Vielleicht noch mit kleinen Tonnen. Das sind hier drei. Das sind zwei. Nehmen wir die hier noch. Route 16. So. Tätig, nicht so viel Müll. Ähm. Hier unten. 13 kleine Tonnen. 13. Und die wollten wir dann noch. Jetzt fängt es mal unübersichtlich, ne? Ähm. Ja, auf Dienstag. Ich denke mal, die wird einmal die Woche reichen. So, und ich hätte eigentlich auch gerne, aber ich glaube, mit Gebäuden, da könnten wir noch nichts machen, ne? Das ist dann erst Stufe 5, die Verbrennungsanlage. Wir sind ja kurz davor, also müssten wir es eigentlich dann morgen schaffen. Und mal gucken, ob wir da mal einen Kredit aufnehmen. So, aber ich glaube, die Fahrzeuge sind da noch nicht zurück. Oder wir springen mal kurz zum Hof. Doch. Alle da. Ich bin jetzt hier gerade stürzt die Kanten. Weil ich habe jetzt Grafik, habe ich jetzt alles Höchste eingestellt. Also mehr geht aktuell nicht. Ähm, ja. Nächster Tag. Es sei denn, wir wollen noch ein bisschen verdichten. Das können wir auch später machen. So viel Müll ist da ja noch nicht drauf. Ach nee, beschleunigt haben wir jetzt. Wir wollen zu frei. Oh nein, was habe ich... Verdammt. Es war bei Samstag. Verdammt. Gemeindepark und Zielgeweg sind jetzt stehen geblieben. Ähm... Mist. Verdammt. Ziegelweg war. Und eigentlich waren hier Wachtturmstraße und Kirchstraße angedacht. Ah, wie doof ist das denn jetzt? Die kann ich jetzt natürlich heute nicht mehr ansetzen, ne? Dann machen wir die nochmal für Sonntag. Mist. Mist, Mist, Mist. Also, die jetzt am Freitag waren, die kommen jetzt Sonntag nochmal. Müssen die Jungs halt nochmal los. Dafür haben sie ja dann, äh, ne? Am Freitag frei gehabt. So. Und. So. Okay. Was mich gerade bewundert, dass das jetzt sagt, Gemeindepark und Ziegelweg. Achso, den hatte ich hier oben angesetzt. Wißt du, da geht schon los mit der Übersicht, ne? Okay. Fahrzeughalle. Der Ziegelweg hat 15 Tonnen, der Gemeindepark 14. Ist denn der, äh, Ziegelweg genauso groß? Was ist der denn? Ist schon wieder falsch, Junge. Ziegelweg. Ja, gleich fahren wir los. Okay, Ziegelweg. Hat sogar mehr Müll als, äh, die Kirchstraße. Okay, fährt also dann der Kleine, fährt dann zur Kirchstraße. So. Du nimmst die Kirchstraße und natürlich im Sandsteinbruch abladen. Tanken müssen wir anscheinend immer noch nicht. Ne. Los geht's. Hallo. Habe ich Kirchstraße gesagt? Ich meinte Gemeindepark. So, der ist weg. Und du fährst bitte den Ziegelweg. Dann Steinbruch. Und los geht's. So, und wir, wir können noch mal um die Ecke gucken. Wir gucken noch mal um die Ecke, was unsere, ähm, Tonne macht. Unser Container. Ob da jetzt, beziehungsweise Müll ist. Weil das Doofe ist ja, es wird hier nicht angezeigt. Man muss da wirklich hinfahren. Und ich vermute mal, als ich probiert hab, den aufzuladen, dass es vielleicht deswegen nicht ging, weil da nichts drin war, wäre jetzt meine Vermutung. Ah ne, komm. Ey, das war doch gelb. Und das ist aber echt kleinig. Hm. Naja. Ich sehe, die Treppen, die nerven ein bisschen, was nicht. Guck mal. Aber ich hab hier alles. Das geht nicht. Da vorne ist ja unser Container. Er sieht zumindest noch sehr leer aus. Aber muss ja nur ein Stück weiter fahren, dann sieht man ja, ob da was drin ist oder nicht. Da. Kein Müll. Ja. Dann fahren wir wieder zurück. Und machen sie auf der Müllhalle ein bisschen nützlich. 99 Prozent. Also wir müssten auf jeden Fall eigentlich die Verbrennungs-Dingsbums erlangen. Und dann könnten wir eigentlich jetzt schon mal den LKW vollladen und fahren nach unseren ersten Müll rein. Ja, noch einen Kredit aufnehmen. Ja, so langsam wird es interessant, ne? Gerade wenn wir jetzt auch die Verbrennungsanlage haben und... Stufenaufstieg! Sehr schön, sehr schön. Jetzt könnten wir einen Biomüll-Laster und eine Biogasanlage auch. Okay. Aber ich fahre jetzt mal nach Hause. Gucken wir uns das dann gleich mal in Ruhe an. Wenn ich nicht gerade falsch fahren würde. Ich glaube, ist man hier der Karteneinstellung ein bisschen verwirrt. Hier hatte ich die Container aufgestellt. Das sind aber nicht meine. So, keine Konkurrenz geben. Die Stadt gehört mir. Ja, ich hoffe, diese Folge kommt noch pünktlich hoch. Mein Netz ist mal wieder ausgefallen. Was nicht an mir liegt, sondern an meinen Netzanbieter. Ich bin echt begeistert. Oh, grün, super. Grün, super. Achso, Stufe 6 ist dann hier Biomüll-Laster und Biogas. Klasse. Können wir uns auch schon drauf freuen. Ja, und wir gucken jetzt mal. Ich springe mal rüber zum Sandsteinbuch. So, ist ein bisschen ruhiger. Mülldepot, nee, Gebäude. 150.000. Durch die Missbrauch, dann können wir gleichzeitig loswerden und eine wertvolle Stromquelle erhalten. Okay. Hört sich doch gut an. Würde ich gerne kaufen. Wir haben jetzt 57. Wir brauchen also noch 100.000. Mal zur Bank. Ja, 110.000 wäre auch okay. Ich denke mal, wir machen das mal auf 12 Monate. Schnell bevor das Geld weg ist. Errungenschaft erzielt, brennen sie nieder. Ja, das hätte man auch glücklicher wählen können, oder? Okay, verbessern können wir die ab Stufe 9. Die Frage ist jetzt auch, kann man denn dann wirklich den Pkw nachher sagen? Ah ja, Fahr-die-Verbrennungsanlage. Ja, aber inwiefern ist das jetzt sinnvoll oder nicht? Das ist halt auch noch so eine Frage, ne? Müll ist er auf der Deponie und dann später selber rüberfahren? Bringt das mehr? Keine Ahnung. Wenn es wer weiß von euch, bin ich echt dankbar, wenn er sich da mal im Kommentar dazu auslässt. So. Wir wollten jetzt, wir brauchen jetzt, wir verdichten erst noch mal ein bisschen. Nehmen wir die Schaufel hoch. Oh, es sind ja schon ein paar Berge hier. Echt geil, wie geländiger die Dinger sind, ne? Berichten steht aber immer noch auf 85%. Und ich werde jetzt mal den Kran dann hier rüberholen und, oder den Bagger. Und wir laden dann hier den LKW voll. Jetzt, ich falle jetzt den noch mal hoch. Ich habe das Gefühl, der ist langsamer geworden, was jetzt nicht schlimm ist. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Ich weiß es nicht. Ey, bleib stehen. Kein Quatsch. So, jetzt brauchen wir den LKW mal runter. Irgendwie wachsen die gerade, die Müllberger. Aber ich würde sagen, wir stellen uns mal, ich weiß es auch noch nicht, so hin. Ich denke mal, so ist das okay. Jetzt bauen wir den Bagger. So. Hey, ich will vorwärts. So, ich falle übrigens Vollgas. Aber ich denke mal, die Geschwindigkeit ist auch echt ausreichend. So oft rassen wir hier ja nicht hin und her. Sondern stehen ja mehr. Stopp. So, brühe ich uns aber mal. Guck mal, ob der so passt mit Winkel und so weiter. Ne, fällt schon. Nicht den LKW kaputt machen. Aha. Augenmaß war noch nie so meins. Also den Sound so vom Müll greifen, finde ich cool. Aber wir sind jetzt schon wieder an dem Ende. Und ich würde mich freuen, wenn er weiterhin dieses Projekt unterstützt und mir vielleicht Kommentar oder einen Daumen zukommen lasst. Dann weiß ich, ich habe da auch Spaß dran. Und vor allen Dingen ist das immer, ja, quasi mein Lohn. Arbeit möchte ich jetzt nicht sein. Arbeit macht es schon, aber es macht mir ja Spaß. Also von daher. So, aber wie gesagt, ich wäre euch da echt dankbar, wenn er euch mal die Mühe macht und mir einen Daumen da lasst. Passt das? Gut. In der nächsten Folge machen wir den voll und dann schauen wir uns mal unsere neue Verbrennungsanlage an. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Wir können ja noch mal kurz auf die Übersicht schauen. Ja gut, Ausgaben ist klar. Hat man jetzt halt mehr, weil wir die Highlight und so gekauft haben. Aber ansonsten ist das, glaube ich, noch alles im grünen Bereich. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut.